Hier ist Barbara Lotta. Also heute mit Krönchenfrisur, weil ich war noch nicht beim Frisur. Geht aber auch so, oder? Kann ich tragen, oder? Also ich habe mir überlegt, ob ich nicht mal einen Wunschkäfer für euch mache. Also einen für alle. Also anders geht das ja gerade nicht. Und dann habe ich mich mal für blau entschieden. Ich habe auch schon mal aufgebustet. Und dann ist nämlich jeder glücklich. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jetzt pink genommen, und dann hätten die Jungs vielleicht gesagt, naja, aber Lotta, kannst du auch nicht pink nehmen. Ich mag doch überhaupt gar keinen pink. Ja, auch du. Ja. So. Da ist schon fast fertig. So, ja. Und dann mache ich ein Auge, zack, und noch ein Auge, zack, und ein Mund. Und dann brauche ich noch Weiß für ein Auge, und noch ein Auge, und zwei Zähne. Weil manchmal muss man im Leben Zähne zeigen. Ist auch ganz schön wichtig. Ja. Dann kriegen wir immer Zähne. Und weil, ich könnte ja jetzt ein pinkfarbenes Herz draufmalen, aber weil manche ja nicht unbedingt erstens mal gar keine Herzen mögen, und dann vielleicht auch gar kein Pink mögen, dann habe ich gedacht, ich nehme mal Gold, ist vielleicht besser. Also, ein goldenes, großes Herz. Weil, wenn man sich ja was wünschen will, braucht man immer einen Landeplatz für den Finger. So. Goldherz. Mhm. Hab's. Und vielleicht mache ich auch besser nicht schielen. Besser gerade gucken, ne? Mhm. Quietsche ein bisschen. Hm. Hm. Okay. Also. Wisst ihr, wie das... Ich zeige euch das mal. Hier. Guck. Hm. Tja. Ist er schon fertig. Ich werde ja gerade ein bisschen angeschienen von der Sonne, was ja auch schön ist, ne? Probier das jetzt mal so. Also. Ich erkläre euch das. Hier ist der Landeplatz für den Finger. Also. Ihr überlegt euch einen Wunsch. Finger auf das Herz. Wünschen. Klebt noch ein bisschen. Finger weg. Und dann kann man sich immer wieder was wünschen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich tue das jetzt so hin. Und dann... Dann könnt ihr... Dann könnt ihr zwischendurch mal stoppen. Und dann könnt ihr euren Finger drauf. Und dann könnt ihr euch was wünschen. Ja? Hm. Ja. Und dann andauernd. Und wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Und wisst ihr, das geht jetzt leider nicht für euch. Aber Jungs mögen das besonders gerne, wenn man den nämlich zack hochschießt. Ja. Das kann man andauernd machen. Sollte man nicht zu oft machen, weil sonst schielt er vielleicht. Also. Ich freue mich euch bald wieder zu sehen. Bald mal wieder. So kann man das auch sagen. Macht das ganz gut. Tschüss ihr. Eure Babalotta.